Okay, Aufgabe 138 zum Thema Drehstrom und wir brauchen vermutlich dafür noch eine Schaltung, richtig? Ja, hier, es gibt Tipps. Also ja, ich versuche das mal gleich beim Abzeichen zu verbalisieren, was hier passiert. Also wir haben eine Quelle, eine dreiphasige Quelle. Bisher haben wir uns ja hauptsächlich mit einphasigen Systemen beschäftigt. Wir haben eine dreiphasige Quelle und dreiphasige Systeme kann man eigentlich nur auf zwei verschiedene Art und Weisen verschalten. Man kann ein Dreieck draus machen oder ein Stern. Das ist ein Stern. Im angloamerikanischen Sprachraum nennt man das auch mal ganz gerne Y-Schaltung, Y-Schaltung und die Dreieckschaltung ist dann eine Delta-Schaltung. Ja, also das ist ein in Sternen geschalteter Erzeuger und wir haben auch eine in Sternen geschaltete Last oder einen Verbraucher und der ist ohmschinduktiv. Also der hat immer in jedem Zweig ein L und ein R und ein L und ein R. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie man ihn durchnummeriert. Also üblicherweise würde man sagen, dass hier oben ist mal UQ1 und das ist jetzt R1 und L1. Das heißt, das ist auch so eine Aufgabe. Wahrscheinlich hier heißen hinten nur R und L. So und dann ist das jetzt hier so gemacht, dass das UQ2 ist. Ja, und in welche Richtung diese Spannungen zeigen, ist natürlich so ein bisschen Definitionssache. Konventionssache, dann ist das UQ3. Die zeigen jetzt hier alle nach innen. Also entweder die zeigen alle nach innen oder die zeigen alle nach außen. Bei uns ist es so Konventionen, die zeigen alle nach innen. Und der Sternenpunkt hier heißt N Strich. Der Sternenpunkt hier hinten heißt N. Und jetzt muss natürlich, wenn ich das hier R2 und halt R3 und L3 nenne, dann müsste das eben hier angeschlossen sein. Ja, und wenn ich das noch L2 und R2 nenne, dann müssten die beiden, also hier ist das nicht miteinander verbunden, ja. Das ist wie so eine, kann das ja nochmal. Ja. Kleine Textbildschere. So und hier an der Stelle, um das nochmal zu verdeutlichen, also natürlich geht das hier so lang und hier gibt es eben so eine Überkreuzung, so ein Crossing, da sind die natürlich nicht miteinander verbunden an der Stelle. So. Ja, warte mal, ich schreibe mal noch kurz die Werte ab, bei den Rest kann ich mir im Prinzip merken. Genau, dann kannst du das schon wieder zurücknehmen. So, also die, die Quellen hier, wenn ich die jetzt nochmal im Zeitbereich hinschreibe, sollen die so sein, UQ1 ist Wurzel 2 mal 230 Volt, wenn ich das jetzt gerade richtig gemerkt habe, mal Sinus von Omega T. Ja, so, und bei UQ2 von T haben wir den gleichen Betrag und die gleiche Sinusfunktion oder die gleiche Amplitude, aber Sinus von Omega T minus 120 Grad und bei UQ3 von T haben wir auch wieder die gleiche Amplitude, aber dementsprechend eine Phasenverschiebung von minus 240 Grad, also nochmal minus 120 oder man könnte auch an der Stelle natürlich plus 120 schreiben, das wäre das Gleiche, ja. Und auch das ist so ein bisschen Definitionssache, sind das jetzt minus 120 Grad, sind das plus 120 Grad? Wenn es darauf ankommt, sollte das irgendwo in der Aufgabe stehen, ja. Und man könnte jetzt eben sagen, also, wenn ich mir das jetzt angucke, also minus 120 Grad heißt ja, das ist, das kommt später, ja. Das ist zeitverzögert, das ist nacheilend, das ist noch später nacheilend. Wenn ich die jetzt tatsächlich so auch physikalisch anbauen würde, ja, oder, also das sind ja eigentlich im Prinzip Spulen in einem Generator, in dem in einem Drehstromgenerator diese Spannung erzeugt wird, also zuerst kommt die Spannung, 120 Grad später kommt die, 120 Grad später kommt die, dann kommt wieder die erste, dann wäre das ein rechtsdrehendes Feld. Ja, und wenn ich jetzt hier ein Plus draus machen würde und hier ein Plus draus machen würde, dann wäre das ein linksdrehendes Feld. Also mit dem Vorzeichen kann man die Drehrichtung des Feldes festlegen, die Drehrichtung auch von dem Motor festlegen oder sozusagen darum oder daraus, in welche Richtung sich der Generator dreht, das legt fest nachher, ob dann Plus oder Minus steht, wenn man so will. So, und dieses Drehstromsystem würden wir jetzt symmetrisch nennen, weil die Amplituden alle gleich groß sind und weil die Phasenwinkel genau 120 Grad zueinander phasenverschoben sind. So, und wenn das, wenn die Amplituden nicht gleich wären und wenn die Phasenwinkel eben nicht exakt 120 Grad phasenverschoben sind, dann ist es auch kein richtiges symmetrisches System mehr. Dann ist eben die Frage, wie symmetrisch ist es noch, wie unsymmetrisch ist es, kann man das als ein symmetrisches System auffassen, ja oder nein. Ich meine, in der Praxis werden die natürlich nie ganz exakt gleich sein von der Amplitude her und auch, ist ja auch eine Frage der Messgenauigkeit, wie genau kann ich da Phasenwinkel messen. Aber wenn die symmetrisch sind, ist das eigentlich schön und gut, weil dann macht das die Sache viel einfacher, weil dann eben ich eigentlich sagen kann, ich habe zwar ein Drehstromsystem, aber wenn das symmetrisch ist, passiert einfach in allen drei Phasen exakt das Gleiche. Ich kann das durch praktisch ein einphasiges System ersetzen und das, was in den anderen zwei Phasen passiert, ist einfach genau das Gleiche, bloß wieder um 120 Grad Phasenverschoben oder um minus 120 Grad Phasenverschoben. So, also das ist symmetrisch. So, und dann soll das R und das Omega L, die sollen beide 10 Ohm groß sein, richtig? Laut Aufgabenstellung? Ja. So, und was sollen wir jetzt schönes ausrechnen? Strangspannung des Verbrauchers. Die Strangspannungen des Verbrauchers. So, jetzt können wir gucken, also das ist unser Verbraucher. Dieser Verbraucher ist auch ein symmetrischer Verbraucher, weil da taucht in jedem Strang genau das Gleiche auf. Also eigentlich hätte ich die nicht unbedingt jetzt so durchnummerieren sollen. Die sind ja alle gleich groß. So, und also weil die gleich groß sind, ist das eben auch ein symmetrischer Verbraucher. Wenn ich jetzt hier oben was Ohmsches hätte und hier was Induktives und hier was Kapazitives oder die irgendwie andersartig unterschiedlich wären, dann wäre es eben kein symmetrischer Verbraucher. Ja, also auch wenn das alles R und L wäre, aber wenn die Induktivität anders wäre als die, anders wäre als die. So, jetzt kann man wieder sagen, naja, in der Praxis, also, und was Ohmschinduktives wäre jetzt zum Beispiel ein Motor. Also, das wäre unsere Steckdose, unsere Drehstromsteckdose. Das wäre ein Motor, das ist sozusagen das Kabel auf der Baustelle, das ist der Betonmischung. Ja, so. Und klar, in der Praxis, wenn ich so einen Motor baue und Spuren wickele, werden diese drei Spulen und die drei Kabel, aus denen die Spulen gewickelt sind, die werden nicht alle exakt den gleichen Widerstand haben und nicht alle exakt genau die gleiche Induktivität, aber, sagen wir mal, näherungsweise. Ja, also kann ich wieder näherungsweise sagen, in vielen Fällen kann ich das als was Symmetrisches auffassen, wird ganz gut funktionieren. So, und das ist eben auch Sternen und jetzt ist die Frage, was ist Sternenstrangspannung? Wo finde ich jetzt die Strangspannung an dem Stern? Das dürfte die Verbindung zwischen Verbraucher und Quelle sein. Ja, also eine Spannung fällt ja über irgendwie Bauelementen ab und das ist auf jeden Fall ein Strang, das ist ein Strang, das ist ein Strang. Also die Strangspannung in dem Verbraucher wäre das da. So. Also das wäre U-Strang 1, wenn ich die jetzt weiter hier durchnummeriere und einzeichne, wäre das die zweite Strangspannung und dann wäre das hier die dritte Strangspannung. So, wie groß sind die jetzt? Das ist die Frage, richtig? Genau, und die Außenleiterspannung. Und die Außenleiterspannung. Man zeichnet das Zeigerbild an der Stelle. Das können wir auch noch machen. Also genau, wir machen erstmal weiter mit den Strangspannungen. So, wie groß ist diese Strangspannung? Also eigentlich total einfach, jetzt in dem Fall, weil das ist sehr symmetrisch. Das ist sehr symmetrisch. Es gibt keinen Unterschied zwischen diesen drei Phasen, außer diesen Phasenwinkel. Hier hinten genauso. So, und das heißt eigentlich und auch uneigentlich in dem Fall, kann ich mir eine Verbindung denken zwischen den beiden Sternpunkten. Die werden auf dem gleichen Potenzial liegen. Ja, also warum sollten die auf unterschiedlichem Potenzial liegen? Es gibt ja keine Unterschiede zwischen diesen drei Phasen. So, und spätestens dann, wenn ich jetzt hier solche Verbindungen einzeichne, ja, dann ist eben super offensichtlich, dass die Strangspannung hier hinten genau der Quellspannung am Eingang, UQ1 entspricht und hier genau der Quellspannung UQ2 und hier eben genau der Quellspannung UQ3. Also Strangspannungen in dem Verbraucher sind einfach genauso groß wie die Strangspannungen in der Quelle. Zumindest so lange, wie die Dinger beide symmetrisch sind. So, wenn die jetzt nicht symmetrisch wären, was müsste man dann machen? Ja, dann machen wir das, was wir immer machen in Grundlagen-Elektrotechnik, wenn wir uns nicht so ganz sicher sind, was wir eigentlich machen sollen. Wir nutzen den Maschensatz oder Maschensätze, Knotensätze oder Knotensätze und die Stromspannungsbeziehung an den Bauelementen. Und wir schauen hier scharf drauf auf diese Schaltung, ja, und stellen fest, okay, es gibt offensichtlich zwei Knoten, diese beiden hier. Wenn es zwei Knoten gibt, gibt es einen unabhängigen Knoten. Also wir müssten, wenn das unsymmetrisch wäre, für den Knoten oder für den Knoten Knotensatz aufschreiben, hätten wir eine Gleichung. So, dann können wir hier scharf drauf schauen und uns unabhängige Maschen überlegen. Wie kriegt man unabhängige Maschen raus in der Schaltung? Was gab es da für eine schöne Methode für ein Verfahren? Genau, die Methode des vollständigen Baumes. Ja, und so ein Baum war ja eine Verbindung von allen Knoten, ohne dass es einen geschlossenen Umlauf gibt. Und dann wäre ein vollständiger Baum, nämlich mal braun für den Baum, also könnte zum Beispiel das hier sein. Ja, das wäre ein vollständiger Baum. Und wenn ich den Baum jetzt entweder über diesen verbleibenden Ast schließe oder über diesen verbleibenden Ast oder Zweig schließe, dann kommen da zwei unabhängige Maschen bei raus. So, jetzt haben wir gesagt, vor einem unabhängigen Knotensatz, zwei unabhängigen Maschensatz, jetzt habe ich drei Gleichungen, ein Gleichungssystem mit drei Gleichungen und drei Unbekannten, nämlich welchen Unbekannten? Naja, dem Strom hier, dem Strom hier und dem Strom hier oder meinetwegen, wenn ich das nach Spannung aufschreibe, Spannung hier, hier und hier. Also kriegt man im Prinzip ein Gleichungssystem raus. Und wenn man sich das jetzt mal so ein ganz bisschen anders aufzeichnet, ja, also das ist jetzt ja so sehr, ich habe Stern hier und Stern hier und hier unten diese Überkreuzung und sowas, wenn ich das jetzt mal ein ganz bisschen anders aufzeichne und, ja, wie mache ich das jetzt am geschicktesten? Also, jetzt muss ich mal selber überlegen, wie hier irgendwie schlau die Knoten zu legen sind. Ich muss irgendwie einen Knoten oben haben, einen Knoten unten. Ja, also zum Beispiel so, wenn ich den einen Knoten oben hin packe und den anderen Knoten unten hin packe, dann könnte ich das auch einfach so aufzeichnen, immer zu sagen, also ich habe immer eine Quelle, ein R und L und dann treffen die sich hier unten wieder. Und dann könnte ich den zweiten Zweig so mal eine Quelle, ein R und L und hier unten treffen die sich wieder, eine Quelle, ein R und L und hier unten treffen die sich wieder. Und wenn man das jetzt nochmal so ein ganz bisschen anders aufzeichnet und vielleicht die Quellen hier so oben hin zieht oder das hier unten so, also das sind auf jeden Fall Schaltungen, die wir im ersten Semester rein prinzipiell auch schon mal so von der Topologie her berechnet haben. Ja, ich weiß nicht, Aufgabe 54 in unserem Übungshelft, wenn man da reinschaut, die Schaltung sieht so vom Muster her total ähnlich aus. Das muss das aus dem ersten Semester sein, aber ja, und ich meine, hier sehe ich auch, ich habe zwei Knoten und ich habe sozusagen zwei unabhängige Maschen, drei Gleichungen, drei Unbekannte, kann ich das ausrechnen. Also das sieht verwirrender und komplizierter aus, als es ist. Eigentlich haben wir sowas schon mal gemacht. Du hast jetzt gerade das Übungshelft aus dem ersten Semester rausgesucht, richtig? Genau. Und ich meine, da hatten wir im Prinzip mal sowas, da sah die Schaltung so aus. Da gab es hier einen Widerstand und hier eine Quelle und hier, glaube ich, nur einen Widerstand und hier einen Widerstand und hier auch eine Quelle. Ja, und wenn ich mir jetzt in den Zweig hier sozusagen noch eine Quelle reindenke und in jeden Zweig jetzt noch eine Induktivität mit reindenke, dann ist das exakt die gleiche Schaltung. Das ist exakt das gleiche Problem, mit dem wir uns da jetzt beschäftigen. Also, ja, lange Rede, kurzer Sinn, wenn es nicht symmetrisch ist und man diese Strangspannung ausrechnen will, ist es nicht unmöglich, aber deutlich komplizierter. Ja, weil da muss ich wirklich eine Zwergberechnung machen, ein Gleichungssystem aufstellen, das lösen. So. Dann sollte man die Außenleiterspannung berechnen, richtig? So, wo finde ich jetzt in der Schaltung die Außenleiterspannung? Ja, also ich kann ja sagen, das sind sozusagen meine Leiter, das sind die Außenleiter. Den nenne ich L1 und den hier unten nenne ich L2 und das ist L3 und das ist L3. Und jetzt kann ich immer Spannungen, dafür suche ich mir nochmal eine andere Farbe, zum Beispiel Blau, jetzt kann ich immer Spannungen zwischen diesen Außenleitern einzeichnen. Also eine Spannung, die vom Außenleiter 1 nach 2 zeigt, U12 und ich kann mir eine Spannung, die sieht hier unten ganz klein aus, aber ist eigentlich genauso groß wie die anderen, also von 2 nach 3 und genauso von 3 nach 1, U31. U1 ja, wenn ich gucke, also ob ich jetzt hier diesen Weg gehe, von 1 nach 2, eigentlich finde ich das hier hinten auch. Also die Spannung hier so drüber gezeichnet, das ist auch genauso die Spannung U12, die Außenleiterspannung. Wenn ich hier weiter gehe, von hier nach hier, das ist auch genau die gleiche Spannung. Jetzt ist das hier so ein bisschen verwirrend, schreibe ich hier dran, das ist auch U23 und die Spannung hier ist auch U31. So und jetzt fällt es einem auch direkt wie Schuppen aus den Haaren und es ist total offensichtlich, wie man diese Außenleiterspannung ausrechnen kann, nämlich genau, also ich kann doch immer hier mir sozusagen wie so ein Maschensatz denken und kann sagen, diese Spannung hier, U12, das muss das gleiche sein, wenn ich U1, U-Strang 1 lang laufe und entgegen U-Strang 2. Also das ist UST1 minus UST2. Und genauso könnte ich das auch bei der, bei der hier unten machen, ja, also U23, wenn ich hier lang laufe, muss genau das gleiche raus, wenn ich diesen Weg lang laufe, U-Strang 2 minus U-Strang 3. Schreibe ich mal hier drunter, U23 ist U-Strang 2 minus U-Strang 3 und U31 und die sind natürlich alle komplex mit dem Strich drunter. U31 ist die, die hier hoch zeigt, die muss genauso groß sein wie U-Strang 3 minus U-Strang 1. Und das ist auch, wenn man jetzt hier auf die Gleichung guckt, natürlich offensichtlich so ein bisschen, dass das so ist, weil, also ich zähle einfach immer durch. 1, 2, 3, ne, 2, 3, dann fängt es nur mit 1 an. 1, 2, 3, 2, 3, fängt wieder mit 1 an. Also, da steckt genau auch irgendwie diese Symmetrie drin und dieses Periodische. So, wie können wir die jetzt ausrechnen an der Stelle? Wir können einfach die UQs hier benutzen und um die UQs zu benutzen, müsste ich die UQs nochmal von Zeitfunktionen jeweils umwandeln in komplexe Zeiger. Ja, also ich mache jetzt daraus einen komplexen Zeiger, daraus einen komplexen Zeiger aus der hier und komplexen Zeiger und schreibe eben hin UQ1 als Zeiger, UQ2 als Zeiger, UQ3 als Zeiger ist und ich mache mal daraus direkt Effektivwertszeiger, weil wir ja nachher, wir wollen doch bestimmt noch irgendwas mit Leistung ausrechnen, richtig? Vermutlich ist das so. Also schreibe ich hier nur hin 230 Volt ohne die Wurzel 2, 230 Volt mal E hoch J 120 Grad und noch mit einem Minus davor und 230 Volt mal E hoch Minus J 240 Grad. So und jetzt ist nichts anderes passiert, außer dass ich aus dem Spitzenwert, der hier steht, jeweils Effektivwerte gemacht habe, indem ich durch Wurzel 2 geteilt habe. Also wir wollen keine Wurzel 2 benutzen, weil das, was hier vorne steht, schreiben wir nochmal kurz dran, das ist sozusagen der Spitzenwert oder die Amplitude. So und wenn ich den Spitzenwert durch Wurzel 2 teile, dann kommt da der Effektivwert raus und wenn wir nachher später mal noch Leistungen ausrechnen wollen, was vielleicht Teil der Aufgabe ist, wie groß ist die Wirkleistung, Klimtleistung, Scheinleistung und so im Verbraucher, dann lässt sich Leistung besser ausrechnen, wenn man direkt Effektivwerte hat, weil man in die Leistungsformel Effektivwerte einsetzt. Ich kann in die Leistungsformel auch Spitzenwerte einsetzen, aber dann muss ich diesen Faktor Wurzel 2 in der Leistungsberechnung betrachten und muss am Ende im Prinzip durch 2 teilen, weil ich durch Wurzel 2 bei der Spannung, durch Wurzel 2 beim Strom teile, dann sieht die Formel anders aus. Ja, also kann man hinschreiben, dass es sozusagen U-Dach und das hier ist, entspricht unserem U-Effektiv und U-Effektiv ist einfach U-Dach durch Wurzel 2, fällt die Wurzel 2 weg an der Stelle. Das sind Effektivwertzeiger. Das sind Effektivwertzeiger. Das sind schon Effektivwertzeiger an der Stelle, ganz genau. So, okay, also haben wir Effektivwertzeiger für die Quellspannungen? Was muss ich jetzt als nächsten Schritt machen, um hier diese Differenzen auszurechnen? Ich will jetzt hier unten immer das minus das rechnen. Genau, oder in die kartesische Form, das steht ja schon quasi in der kartesischen Form da, das hat ja keine Phasenwinkel, aber hier müsste ich jetzt eben so was draus machen, wie 230 Volt mal Kosinus von minus 120 Grad plus 230 Volt mal Sinus von und noch mit einem J davor mal Sinus von minus 120 Grad. So, da werden schon die Taschenrechner gezückt, das ist sehr gut und da fällt schon ein Taschenrechner runter, das ist nicht so gut, aber auch das passiert mal. Ich möchte gleich die Werte haben. Also ich schreibe das mal hier drunter, minus 115 Volt, also ich schreibe mal minus hier 200 Volt. So, und jetzt kann man sich überlegen, das machen wir gleich noch bei dem Zeigerbild, wenn ich das jetzt einfach sozusagen mit plus minus 240 Grad ist das gleich wie plus J 120 Grad, dann muss ich hier unten bei der dritten ja, den den gleichen Realteil haben, aber den umgekehrten Imaginärteil. Also müssen hier plus 115 Volt stehen und plus, ne halt auch, überkatsch, habe ich ja gerade gesagt, also minus J minus 115 Volt minus J 200 Volt. So sollte das ungefähr so sein. So, und ich meine, jetzt kann man sich eben überlegen, eigentlich stecken hier sowas hinter, ne, Sinus von 120 Grad ist sowas wie, ähm, Wurzel 3 durch 2 und Kosinus von 120 minus 120 Grad ist sowas wie die Hälfte. also das hier ist genau die Hälfte und das ist Wurzel 3 durch 2 mal 230, Wurzel 3 halbe von dem Wert. So, und jetzt kann ich eben die Sachen hier oben sinngemäß einsetzen, weil wir gesagt haben, Strangspannung sind Quellspannung und kann das ausrechnen. So, und dann kommt hier eben raus, 230 minus die zweite Strangspannung, minus und minus wird plus, also das wären 315 Volt und minus und minus wird auch plus 315 Volt plus J200, vielleicht sollte ich das wieder in blau schreiben. Warum? Ja, das hat mir euer Kollege so gesagt, weil Kosinus, Kosinus, ja, aber ich, also wenn ich jetzt mal so ein Zeigerbild zeichne, ich mache einfach schon mal ein Zeigerbild, ne mal, ich mache mal so ein Zeigerbild, also das ist ja der Realteil, das ist der Imaginärteil und also UQ1 ist relativ offensichtlich, zeigt in diese Richtung und ist jetzt irgendwie 100, 230 Volt lang. So und jetzt nehme ich, jetzt nehme ich das genauso lang wie das ist und drehe das um minus 120 Grad, minus 120 Grad sind ungefähr hier. So und dann sehen wir, UQ2 hat definitiv einen negativen Realteil und einen negativen Imaginärteil, das ist auch genau das, was hier rauskommt und der Imaginärteil ist größer als der Realteil. So und jetzt nehme ich das und drehe das um minus 120 und nochmal um minus 120 Grad und damit ich mir den Arm nicht breche, musste ich mal kurz einen Phasensprung machen und dann ist das UQ3 im Zeigerbild und dann sieht man, UQ3 hat denselben negativen Realteil, aber einen positiven, den gleichen, bloß positiven Imaginärteil. So und jetzt kann ich diese Differenzen ausrechnen, 230 minus minus 115 sind eben 315 Volt und minus minus J 200 sind plus J 200 Volt. 230 plus 315 achso 230 Warte, da muss ja noch, ich muss noch die 30 drauf rechnen, dann sind das 345 richtig? So. Dann haben wir UQ2 minus UQ3 das minus das ergibt genau 0 an der Stelle und das minus das ergibt minus J 400 Volt so dann haben wir UQ3 minus UQ1 also das minus 230 macht minus 345 Volt und das minus 0 hier als Imaginärteil macht nochmal plus J 230 Volt So und jetzt kann ich das ja erstmal mir in dem in dem Zeigerbild anschauen jetzt stelle ich fest war jetzt keine wahnsinnig schlaue Idee jetzt für die hier oben blau zu benutzen weil ich blau ja eigentlich gleich für die anderen benutzen wollte deswegen mir ich jetzt hier einfach nochmal ganz dreist in weiß drüber und UQ1 UQ3 UQ2 so und jetzt haben wir gesagt also U1 2 die Außenleiterspannung ist U-Strang 1 minus U-Strang 2 also wenn ich von hier nach hier gehe ja dann ist das ja im Prinzip genau das gleiche also ich muss jetzt irgendwie sozusagen die Spannung lang laufen und und dann und dann die 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 negativ also ich muss eigentlich an die sozusagen die umgekehrt dran packen und dann laufe ich diese Strecke von hier nach hier und das ist genau das gleiche wenn ich von hier nach hier laufe so also der Zeiger den kann ich jetzt in blau einzeichnen das hier ist genau U1 2 U-Strang 1 minus U-Strang 2 von von 2 nach 1 so muss man das jetzt hier in dem Sinne irgendwie lesen und dann können wir gucken das stimmt auch mit dem über einen was wir gerechnet haben also es hat einen positiven Realteil und einen positiven Imaginärteil so dann ist das hier genau U2 3 gucken das passt auch mit der Rechnung überein das hat gar keinen Realteil und einen negativen Imaginärteil und die letzte die wir jetzt noch haben ist die hier das ist U 3 1 und die hat den negativen Realteil und den genau gleichen positiven Imaginärteil wie das Ding vorher hatte so also es passt erstmal zu der Skizze überein ja und die große Frage mal gucken wie viel ich jetzt hier noch irgendwie drauf kriege und schreiben kann so wenn ich jetzt mal das wieder zurückwandle in die Exponentialform in Betrag also nicht in realen Imaginärteil sondern in Betrag und Phasenwinkel so was kommt dann schönes raus oder was sollte vielleicht rauskommen wenn man das ausrechnet wenn man jetzt auf das Zeigerbild hier irgendwie scharf drauf schaut also U2 1 das war diese hier umgerechnet wieder in Betrag und Phasenwinkel was ist also es geht um diese Außenleiterspannung die steht hier da als real und Imaginärteil und jetzt möchte ich die haben als irgendwas mal E hoch J Winkel Betrag Phase genau also wir müssten das nehmen zum Quadrat das nehmen zum Quadrat und davon die Wurzel ziehen und wir müssten für den Winkel nehmen den Orcus Tangens von dem durch durch das so und Fernus hat das gerade schon mal live in den Taschenrechner eingetippt ich schreibe mal 400 hin so und der August Tangens sagt ich gucke mal hier kurz vorsichtig kann man noch ganz gut lesen so jetzt 30 Grad genau so und jetzt können wir auf die Skizze gucken das das passt auch erschreckend gut also ich meine das sind das sind 30 Grad und wenn ich jetzt das mal irgendwie auf Millimeter Papier zeichnen würde und das meinetwegen 2,3 Zentimeter lang ist und ich male so ein Dreieck mit 120 Grad und rechne diese Strecke hier aus oder oder messe die dann ist das hier genau also was da als Betrag rauskommt ist genau Wurzel 3 mal 230 Volt also die Außenleiterspannung sind Wurzel dreimal so groß wie die Strangspannung und das ist praktisch immer so solange ich da so ein symmetrisches System habe wird das immer gelten so und jetzt kann man natürlich sagen okay ja wenn das wieder symmetrisch ist und wenn das diese minus 120 Grad Phasenfolge hat dann sollten das ja hier genau sein den gleichen Betrag 400 Volt und jetzt den Winkel minus 120 Grad wenn ich 30 Grad minus 120 Grad rechne e hoch j minus 90 Grad raus und da kann ich gucken das ist ja auch so also das hat keinen Realteil hat nur den Imaginärteil genau diese minus j 90 Grad und wenn ich jetzt das weitermache müssten hier unten eben rauskommen 400 Volt mal e hoch minus j von 90 noch mal 120 abgezogen sind minus 210 Grad wenn ich jetzt richtig gerechnet habe werden ja und minus 210 Grad können wir auch gucken das wäre ja sowas wie plus 150 und plus 150 Grad ist auch genau der Winkel den wir haben und dann sieht man in dem Zeigerbild also na klar wenn das symmetrisch ist wenn die Strangspannung alle gleich groß sind sind die Außenleiterspannung auch gleich groß und die Strangspannung wenn ich von UQ1 zu UQ2 gehe minus 120 Grad wenn ich zu UQ3 gehe nochmal minus 120 Grad wenn ich nochmal minus 120 Grad mache bin ich wieder am Anfang angekommen und bei denen ist das auch so das ist U12 dann muss ich minus 120 Grad rechnen wieder im Uhrzeigersinn drehen dann bin ich hier angekommen wenn ich nochmal minus 120 Grad drehe im Uhrzeigersinn bin ich bei der hier angekommen passt perfekt funktioniert super ok so also haben wir jetzt recht erfolgreich Außenleiterspannung ausgerechnet und haben schon mal nebenbei ein Zeigerbild gezeichnet um jetzt hier so kleine Diskussionen mit warum ist der Realteil negativ und oder positiv und so auszugleichen und ich meine also Zeigerbild ist dann nützliches Mittel ist nicht super exakt aber ist eben sehr schön anschaulich um solche Probleme zu beschreiben uns zu lösen so was machen wir jetzt noch schönes man errechnet die Strangströme des Verbrauchers und die Leitströme nach Betrag und Phase okay also die Strangströme und die Außenleiterströme wahrscheinlich richtig ja genau aber wir haben jetzt immer Effektivwert also wenn das hier ein Effektivwert ist und wir die Differenz von zwei Effektivwerten bilden zum Beispiel kommt natürlich hier wieder ein Effektivwert raus so und also die 400 Volt sind auch ein Effektivwert und also an der Stelle wird schon so ein Vorteil von dem Drehstrom System auch offensichtlich ja ich habe in dem Drehstrom System automatisch immer zwei Spannungsebenen drin also ich habe 230 Volt als Strangspannung und ich habe auch 400 Volt als Außenleiterspannung und im Prinzip unsere Steckdose die wir so haben das ist ja keine Steckdose in der Nähe die ich irgendwie zeigen kann aber Steckdosen die man so hat ja da ist eine an der Wand also an der Steckdose sehe ich im Prinzip immer eine solche Spannung und kommt darauf an wie die Steckdose dann angeschlossen ist ob ich diese sehe oder diese sehe oder diese sehe welche davon ich benutze ist ja eigentlich auch egal die sollten alle 30 im Gleichverhalten ja aber am Haus unten kommt eben ein Drehstrom Kabel System an und dann benutze ich von dem Drehstrom System immer nur die eine Phase an solcher Steckdose und wäre jetzt eben eine kluge Idee wenn ich ein Haus habe dass ich nicht alle Steckdosen an die eine anschließe weil dann habe ich eben einen sehr unsymmetrischen Verbraucher also bis zu einer gewissen Grenze wird das mein Netz aushalten aber irgendwann wird das Netz eben sagen ja weil wenn ich jetzt nur diese eine Phase habe im Normalfall werde ich dann schon so einen Neutralleiter angeschlossen haben der diese beiden Sternpunkte hier miteinander verbindet weil sonst kriege ich ja wenn das jetzt ganz anders ist wenn ich hier an die Steckdose ganz andere Sachen anschließe als an die Steckdose dann verschiebt sich der Sternpunkt das will ich nicht haben also habe ich so ein Neutralleiter Kabel was die beiden Sternpunkte miteinander verbindet aber ja desto unsymmetrischer das hier hinten ist desto mehr Strom fließt über den Neutralleiter und wenn da irgendwann zu viel Strom über den Neutralleiter fließt dann brennt der durch oder dann passieren andere unschöne Dinge genau und die Außenleiter haben auch alle denselben Effektiv wird also weil wenn das symmetrisch ist muss das auch symmetrisch sein so und jetzt können wir als nächstes die Ströme ausrechnen und dafür muss ich hier unten mal ein bisschen Platz schaffen wo jetzt die Spannung hier stand die brauchen wir jetzt nicht mehr und ja ich weiß wenn ich jetzt die Tafel trocken wische sieht das hier noch ganz okay aus auf dem Video sieht das nicht so schön aus aber ich habe jetzt keine Lust das nass zu wischen weil das gibt nämlich immer eine ganz schöne Sauerei so und jetzt wollen wir diese Ströme ausrechnen dafür nehme ich mal nochmal eine andere Farbe nämlich grün wobei Strom ja bekanntlich gelb ist so nenne das I-Strang 1 ist natürlich auch komplex mit einem Strich drunter das hier nenne ich I-Strang 2 auch mit einem Strich drunter und das hier nenne ich I-Strang 3 auch mit einem Strich drunter und dann können wir natürlich feststellen so wie jetzt diese Schaltung hier gebaut ist sind die Strangströme im Verbraucher natürlich auch genauso groß wie die Außenleiterströme wenn ich das hinten irgendwie ein Dreieck schalten würde wäre das nicht so ja das ist aber hier in dem Fall ist das jetzt irgendwie schön einfach also das hier wäre jetzt auch I-Strang 2 und das hier unten wäre I-L3 die sind immer genauso groß wie die Strangströme im Verbraucher so und jetzt ist die Frage wie kann ich diese Strangströme ausrechnen genau einfach Ohmsches Gesetz also I-Strang 1 sollte sich ergeben aus U-Strang 1 geteilt durch ja die Impedanz von diesem Verbraucher hier und die Impedanz wäre eben R1 plus J-Omega L1 und die Werte stehen ja noch hier die sollen alle 10 Ohm sein also kann ich das da einsetzen kann sagen das sind ähm schreibe ich jetzt mal irgendwie so hin 230 Volt zum schrägen Bruchstrich äh oder vielleicht schreibe ich den Bruchstrich auch einfach drunter auch wenn er da nicht auf Höhe des Gleichheitszeichens ist also durch ja 10 Ohm plus plus J 10 Ohm so wie rechne ich das jetzt am besten aus genau wir könnten das hier unten in die Exponentialform umwandeln das ist auch relativ einfach nur wenn ich was habe was 10 Grad nach rechts geht und 10 Grad nach oben dann genau dann ist der Winkel genau 45 Grad und der Betrag sollte eben sein Wurzel 2 mal 10 so also kann ich gleich so ein bisschen Zahlenrechnung im Kopf machen ja ähm 230 Volt durch sozusagen 10 macht 23 also da sollten rauskommen 23 und trotzdem noch durch Wurzel 2 so Volt durch Ohm ergibt Ampere für den Strom das ist auch sinnvoll ja weil oben sind ja Volt durch Ampere kürzen ich die Volt weg so und wenn ich hier oben keinen Phasenwinkel habe und hier unten ein Phasenwinkel von 45 Grad was kommt dann insgesamt für ein Phasenwinkel raus negativer genau äh Minus J 45 Grad so ich lasse mal es mit dem Wurzel 2 da so stehen kann man jetzt nur ausrechnen ähm kann man auch lassen ja das wäre eine Arbeit okay also das das würde ich durchgehen wenn man jetzt einen Taschenrechner hat kann man es einfach ausrechnen ich habe jetzt ich bin ja immer vorbereitet wie so ein Friseur ähm wobei es nicht heißen soll dass Friseur innen nicht vorbereitet sind aber zumindest wie ein Friseur für Elektrotechnik sagen ich habe keinen Taschenrechner ich verlasse mich auf meine Kopfrechenqualitäten aber 23 durch Wurzel 2 17 oder so 16 geschätzt keine Ahnung ob das jetzt jemand ausgerechnet hat so ich mache mir ich mache mir das jetzt hier total einfach indem ich hinschreibe das ist auch 23 Ampere durch Wurzel 2 und ich schreibe eben hin E hoch Minus J so und was müsste hier in der Phasenwinkel sein naja der hier wieder minus 120 Grad 45 plus 120 sind minus 165 Grad und genau das gleiche I-Strang 3 sollten 23 Ampere durch Wurzel Ups Ampere nicht Volt sein 23 Ampere durch Wurzel 2 mal E hoch J und nochmal Minus 120 Grad sollten 285 Grad sein so und jetzt hat bestimmt jemand zwischendurch ausgerechnet was 23 durch Wurzel 2 ist gehe ich mal davon aus es tippt gerade noch jemand durch ich gucke nochmal ob hier was Spannendes passiert ist aber man kann das alles glaube ich noch ganz gut sehen so und was kommt da raus 16,26 Ampere also okay ich habe 17 geschätzt das passt schon ganz gut so das sind jetzt die Strangströme und gleichzeitig die Außenleiterströme auch die bilden natürlich wieder ein dreiphasiges System die sind alle betragsmäßig gleich groß und sind auch jeweils wieder um minus 120 Grad Phasen verschoben ja und ich könnte eben auch natürlich so gucken also meine der Phasenwinkel der Impedanz die sich hier aus R und L ergibt ist ja 45 Grad weil Realteil immer gleich groß und immer wenn ich den Strom ausrechne aus der Strangspannung teile ich durch die Impedanz subtrahiere ich 45 Grad vom Phasenwinkel also könnte ich auch gucken unsere erste Quellspannung hat ja minus 120 Grad wenn ich von der jetzt 45 abziehe lande ich bei minus 165 passt die zweite hatte minus 240 Grad wenn ich von der nochmal auch 45 abziehe lande ich bei minus 285 Grad passt auch also das sieht bisher sehr vertrauenserweckend aus der Lösungsweg so was machen wir jetzt als nächstes schönes jetzt sollten wir noch Leistung ausrechnen richtig ich kann ja schon mal ein bisschen Platz schaffen das Zeiger Bild muss jetzt weichen es hat uns jetzt gute Dienste geleistet hier die Spannung zu kontrollieren aber das brauchen wir jetzt nicht mehr wir brauchen auf jeden Fall aber wahrscheinlich noch die Spannungen und ich kann ja hier noch mal hinter ergänzen den Wert den ich jetzt auch weg gelöscht habe die erste Außenleiterspannung hier das waren 400 Volt mal E hoch J 30 Grad so und was sollen wir jetzt ausrechnen wie groß wird bei Verbindung von N Strich und N der Strom im Neutralleiter rechnen ja also diese gelb gestrichelte Linie die denken wir uns jetzt mal und jetzt ist eine Frage in welche Richtung man den Neutralleiter Strom einzeichnet ich würde den jetzt auch so einzeichnen in die Richtung der Außenleiter Ströme und sagen das ist In So und wie könnten wir jetzt diesen Neutralleiter Strom ausrechnen Genau also ich nutze einfach einen Knotensatz an einem dieser Knoten und es ist vollkommen egal ob ich jetzt diesen Knoten oder diesen Knoten nehme also hier drauf zufließen der Strangstrom 1 der Strangstrom 2 der Strangstrom 3 oder eben die drei Außenleiter Ströme und also die fließen alle drauf zu irgendwo muss ich mal die Richtung umkehren also ich könnte hier sagen das wäre eben Minus Strang 1 plus Strang 2 plus Strang 3 so und jetzt ja was was müssten wir jetzt machen um zu also um das auszurechnen genau wir müssten eigentlich hergehen und die unten jetzt auch in die kathesische Form umwandeln indem wir wieder sagen Cosinus des Phasenwinkels plus J Sinus des Phasenwinkels so könnten wir machen wir können jetzt auch kurz in uns gehen und uns überlegen als Intuition Lucky Gas was auch immer was könnte sollte dürfte müsste denn raus kommen es müsste null raus kommen ja weil es ja symmetrisch hier symmetrisch da es gibt ja keinen Potential Unterschied zwischen diesen beiden Knoten wie vorhin schon mal argumentiert und deshalb warum sollte da ein Strom fließen so jetzt kann man natürlich diese Ströme nehmen kann die in real imaginärteil umform die kathesische Form kann die addieren sollte herausfinden die sind sollte herausfinden die sind alle null zusammen so ich kann jetzt aber auch nochmal sozusagen so einen Schritt zurück gehen und könnte eben sagen ja also den ersten Strangstrom hier oben den da ja den kann ich ja ausrechnen so auf die Art und Weise und genauso kann ich das auch mit dem zweiten und dritten machen also ich kann mir sagen statt dem Strangstrom schreibe ich hier minus das ist UQ1 durch Z1 oder ZRL wie auch immer die Impedanz von einem Zweig von dem Verbraucher so und das kann ich auch bei dem zweiten machen UQ2 durch Z ist ja das gleiche ZRL das kann ich auch bei dem dritten machen U-Strang 3 geteilt durch das gleiche ZRL so jetzt kann ich natürlich das ZRL ausklammern und kann das einmal davor schreiben vor die Klammer und dann muss ich nicht die Ströme addieren sondern ich kann die Spannung addieren und die Spannung haben wir ja glücklicherweise schon mal in die kartesische Form umgewandelt nämlich hier unten ja das steht ja hier zum Glück noch da so und jetzt muss ich eben alle Spannungen addieren also die Spannung hier die Spannung und die Spannung so mache ich das mal addiere ich erstmal die Realteile 230 Volt minus 115 Volt minus 115 Volt 230 Volt minus 115 Volt minus 115 Volt sind null ja ja schreibfehler U-Strang 3 ist doch das gleiche wie U-Q-3 U-U-U-U-Strang 3 ist das gleiche wie U-Q-3 ja nee nee ist doch eine total gute Frage ja aber es fließen ja in der Realität tatsächlich Spannung so dahin genau kommen ja alle irgendwie sie kommen da alle in diesem Punkt an genau wenn sie dann trotzdem null sind kann man sich das so vorstellen als würden die sich irgendwie genau also wir können das wir können da gleich mal ein kleines Zeit Bildchen draus malen um uns das anzuschauen wie das tatsächlich aussieht ne aber also wenn ich die jetzt in dem Zeiger Bild wir zeichnen ja ungleich nochmal ein Zeiger Bild dann wird das vielleicht auch offensichtlich so also wir haben jetzt die Ströme ersetzt durch die Spannung warum weil die Spannung haben wir schon mal ausgerechnet als Real- und Imaginärteil die konnten wir jetzt gleich addieren und da haben wir herausgefunden okay wollen wir das für die Realteile machen 230 230 Volt minus 115 minus 115 ergibt 0 so jetzt machen wir das für die Imaginärteile das hat ja kein Imaginärteil das hat minus j 200 Volt als Imaginärteil das hat plus 200 plus 200 Volt als Imaginärteil also der Imaginärteil ist natürlich ohne das j aber hier minus 200 plus 200 ergibt zusammen auch 0 also kommt hier hinten schon mal raus 0 kann ich also der Neutralleiter Strom wäre 0 da ist kein Strom da jetzt könnte ich für die Ströme hier unten noch mal ein Zeiger Bild zeichnen ich mal gucken da habe ich glaube ich noch ein bisschen Platz auf der linken Seite das kann ich hier noch so anfangen so also die sind ja alle gleich lang wie lange ich die jetzt ein zeichne ist im Prinzip egal hauptsächlich erwische jetzt die das ist die reelle achse das ist die imaginäre achse so und ich fange mal an also der erste Strom hat ja einen phasenwinkel von minus 45 grad der zeigt hier so runter das wäre minus 45 grad so und hat da eine bestimmte länge so der nächste hat minus j 165 grad also hier wären 180 davon jetzt irgendwie 15 also das ist so ein bisschen so knapp unter der waagerechten und wenn ich die addieren will also das war i strang 1 wenn ich die addieren will muss ich die direkt aneinander zeichnen also jetzt die gleiche länge und ein Winkel der so ein bisschen nach unten geht das ist i strang 2 und jetzt der dritte hat minus also ist wieder phasen verschoben ich kann jetzt von hier wieder aus gehen nochmal 120 grad machen oder minus j minus j 270 wäre ja der zeigt genau nach oben und ein bisschen mehr also 15 grad darüber hinaus geschossen über die Ebene oder über die vertikale dann zeigt er eben nach hier ja und alle drei Trome zusammen das was wir auch gerade ausgerechnet haben ergeben zusammen null ja wenn ich die drei Ströme aneinander packe komme ich wieder am gleichen Punkt an wie ich losgelaufen bin das ist I Strang 3 so und tja was heißt das jetzt im Zeitbereich hier kann ich das ja mal vielleicht mit den Spannungen zeichnen das ist ein bisschen einfacher weil die Phasenwinkel nicht ganz so konfus sind so wir zeichnen mal ein Zeitdiagramm und sagen das ist hier die Zeitachse und die Zeitachse skaliere ich mal in Omega mal t und das ist die Amplitude u von t so und jetzt packe ich mir mal hier irgendwie so drei Skaleneinteilungen hin oder zwei hin und sage hier sind 180 Grad hier sind 360 Grad und dann werden hier in der Mitte jeweils noch 90 Grad und 270 Grad so und jetzt stand mal ganz ursprünglich hier unten irgendwo dass die erste Quellspannung ja war 230 Volt oder Wurzel drei Wurzel 2 mal 230 Volt das hatte ich U-Dach genannt mal Sinus Omega t so wie würde jetzt eine Sinus Funktion aussehen in meinem schönen Zeitdiagramm genau 0 beginnt und dann so wie so eine Sinus Funktion so aussieht also die hat dann hier einen Maximalwert hier wäre dann auch mein U-Dach was ich vorhin hatte mein Spitzenwert und hier wäre die wieder genau 0 hier hätte die sozusagen ihr Minimum das wären genau minus U-Dach und hinten wäre die wieder 0 also U-Q1 ich nehme mal noch mehr Farben Orange und Rot gibt es hier noch im Angebot das reint sogar also in Orange zeichne ich mal eine Sinusfunktion ein und diese Sinusfunktion würde eben entsprechen UQ1 jetzt von T ja und vielleicht mit einem kleinen U weil es zeitabhängig ist das ist UQ1 von T so und jetzt ist UQ2 ist minus 120 Grad Phasen verschoben was heißt das in meinem Zeitdiagramm genau also ich nehme die jetzt und das kommt ja alles später also ich muss das um 100 den Punkt und jeden anderen Punkt um 120 Grad in die Richtung verschieben so wenn hier 90 sind dann wären hier 60 und 30 und so wenn ich das jeweils noch mal dritte wären hier 120 also hier wäre jetzt hier hätte die ihre ihre Nullstelle hier hätte die sozusagen das Minimum wieder 1,2,3 Erteilung 1,2,3 Erteilung dann hätte die hier das Maximum hier wieder die Nullstelle und so weiter und jetzt nehme ich für die zum Beispiel rot und dann sollte die so aussehen und das ist jetzt UQ2 von T so und jetzt muss ich das gleiche nochmal machen für UQ3 von T die ist minus 240 Grad verschoben hier sind 210 hier sind 240 und das heißt die nehm ich mal wieder blau oder nehm ich braun ich nehm braun die hätte hier den ersten positiven Nulldurchgang und das heißt die hätte hier hinten ihr Maximum die hätte hier an der Stelle das Minimum und hätte hier den negativen Nulldurchgang also die fängt irgendwo hier so an geht runter hat hier das Minimum kommt hier wieder hoch hat hier das Maximum geht wieder so ein bisschen runter das wäre UQ3 von T so was haben wir jetzt gemacht wir haben hier die Ströme zurückgeführt auf die Spannung und haben die Spannungen alle addiert und wenn wir jetzt hier das gleiche machen also es gibt überall eine Spannung in jedem Strang es gibt auch Strom in jedem Strang die Ströme werden jetzt genauso aussehen die werden aber nochmal an Induktivitäten Ströme sich verspäten die werden nochmal um 45 Grad jeweils Phasen verschoben also ich könnte jetzt einfach diese ganzen Kurven nehmen die nochmal um 45 Grad in die Richtung verschieben dann wären das die Ströme würde sich aber an dem Verhältnis derer zueinander nichts ändern die würden sich nur absolut einmal um 45 Grad alle verschieben dann könnte ich aus den Spannungen die Ströme machen so und wenn ich die jetzt jeweils addiere mal so punktweise also hier hier habe ich was Positives hier habe ich was Negatives und Null wenn ich das addiere kommt da genau Null raus hier habe ich was Großes Negatives und zwei so halbe Positive wenn ich die addiere kommt da Null raus hier habe ich was Positives was Negatives und Null ergibt Null hier habe ich was Großes Positives weil so halbe Negative kommt insgesamt Null raus hier habe ich wieder was Positives was Negatives Null ergibt Null und und so weiter und so fort. Also wenn ich die alle addiere, kommt da 0 raus. Also das wäre hier die Summe UQ1 von T plus UQ2 von T plus UQ3 von T ist gleich 0. Genauso wie da oben eben 0 rauskommt. Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, nein, weil diese Schnittpunkte hier, die müssen ja genau bei 1,5 sein, damit die sich hier mit dem Vollen aufteilen. Also wenn das der Spitzenwert ist, ist das, wo die sich hier schneiden, also auch wenn das in meiner Skizze, zumindest hier vorne, kommt das nicht so richtig gut raus. Jetzt müsste man das mal wirklich mit dem Computer plotten. Hinten sieht man das vielleicht schöner. Ja, also meine erste Kurve ist eigentlich so nicht so gut gelungen. Hier unten sieht man das, glaube ich, auch ganz gut. Ja, das ist von Hand, also ich, man kann das schöner zeichnen, aber ich finde, das ist schon ganz gut gelungen. Also das müsste genau immer U Dachhalbe sein. Einfach damit die dann insgesamt 0 ergeben. So, und ich meine, diese Effektivwertgeschichte sieht man in dem Diagramm eigentlich nicht so wirklich richtig gut, weil dieser Faktor Wurzel 2, der ist dann nicht so offensichtlich an der Stelle. Ja, also weil für den Effektivwert, für diese Effektivwertbetrachtung müsste ich ja jetzt eigentlich sowas machen wie, ich müsste diese Sinusfunktion nehmen, müsste die quadrieren und dann von dem Quadrat den Mittelwert berechnen und dann davon die Wurzel. Ja, also ich, das ist ja sozusagen, die Idee von einem Effektivwert ist ein quadratischer Mittelwert, weil der repräsentiert Leistung und Leistung, kann ja auch, ob wir jetzt noch gleich Leistung ausrechnen, vielleicht ja, vielleicht nein, machen wir noch, ja. So, und ich meine, Leistung steckt ja drin U mal I und wenn ich U durch I ersetze, hier durch so eine Geschichte, dann habe ich ja in der Leistung steht drin U Quadrat durch R oder I Quadrat mal R. Zumindest so bei Gleichstrom, ja. Ich meine, mit Impedanzen sehen die Formeln so ähnlich aus, aber ist manchmal noch was konjugokomplexes und sowas. So, auf jeden Fall ist Leistung proportional zum Quadrat der Spannung, proportional zum Quadrat des Stromes. Und deshalb, wenn ich mit dem Effektivwert Leistung ausdrücken möchte, dann brauche ich sowas wie so einen quadratischen Mittelwert. Also ich nehme eine Spannung, ich quadriere die, dann mittel ich und dann ziehe ich am Ende wieder die Wurzel. So. Und wenn man das jetzt hier machen würde, also ich nehme solche Spannungen, quadriere die, dann wird ein anderer Verlauf draus, der eigentlich sozusagen die doppelte Frequenz hat. Und wenn ich den dann mittel, dann komme ich irgendwie so auf der Hälfte raus und wenn ich davon die Wurzel ziehe, dann kommt eben diese 1 durch Wurzel 2 raus. Aber das sieht man da jetzt in dem, in dem Diagramm eigentlich auch nicht so richtig offensichtlich. So, aber klärt das die Frage? Also ich meine, das ist eine total gute Frage. Hier sind überall Ströme, also da fließen Ströme wie verrückt, aber der, der, trotzdem ergibt die Summe von Strömen ergibt 0. Ja, das bei Gleichstrom, bei einem Gleichstromkreis wäre das irgendwie komisch. Ich habe drei zufließende Ströme, die auch irgendwie einen Wert haben. Warum ist der abfließende Strom trotzdem 0? Und ich meine, hier liegt das daran, ja, die Ströme, wegen der Spannung, haben alle eine unterschiedliche Phasenlage und deswegen heben die sich alle gegenseitig auf oder können sich eben alle gegenseitig aufheben. Das ist das, was hier passiert. So, dann machen wir jetzt weiter mit Leistung, richtig? So, und was sollen wir bei den Leistungen ausrechnen? Wirkleistung, Scheinleistung, Windleistung? Einmal das Komplettprogramm mit Scharf. So, jetzt mache ich das schöne Zeitdiagramm wieder weg. Das ist ein schöne, schöne Zeitdiagramm. So, und ja, also was wir jetzt machen können, ist, wir können, was aus meiner Sicht so das Einfachste und Offensichtlichste ist, wir rechnen einfach die Leistung für einen Strang aus und dann rechnen wir es einfach mal drei. Ja, so, also wir rechnen mal aus, die komplexe Scheinleistung in einem Strang. So, und das, was wir als Ansatz nehmen, so wie man das aus Gleichstromtechnik eben kennt, P ist U mal I oder für Augenblicksleistung P von T ist U von T mal I von T. Machen wir das jetzt hier auch und sagen eben U-Strang mal I-Strang. Und damit die Formel funktioniert, muss hier noch ein Konnyu-Komplex dranstehen. Und das und das muss jeweils ein Effektivwert sein. Weil das kein Effektivwert ist, muss ich irgendwie einen Effektivwert umwandeln, müsste ich, wenn das ein Spitzenwert ist, durch Wurzel 2 teilen oder hier auch nochmal durch Wurzel 2 teilen und dann habe ich Wurzel 2 mal Wurzel 2, das ergibt insgesamt 2. Wenn ich die Formel mit Spitzenwerten aufschreibe, ist es die gleiche Formel, bloß, dass da nochmal ein Faktor 1 durch 2 drin auftaucht. Aber deswegen war es vorhin schlau, direkt mit Effektivwerten zu rechnen und dann sieht die Formel eben im Prinzip äquivalent aus wie P ist U mal I, so wie man das aus der Gleichstromtechnik kennt. So, naja, und ich meine im Prinzip, wir haben die Spannung, wir haben die Ströme, jetzt setzen wir es einfach ein. Also steht da 230 Volt mal 23 durch Wurzel 2 Ampere. Ja, also die Wurzel 2 hier hat jetzt nichts mit Effektivwert, Spitzenwert, was auch immer zu tun. Das ist einfach die Wurzel 2, die hier in dem Strom drin steckt. So, und mal E hoch J, das steht eigentlich minus 45 Grad. Mit dem Konjunktkomplexen wird das ein plus 45 Grad. So, und das ist die komplexe Scheinleistung. So, da gibt es eine Frage? Ja, vor die Schaltung. Muss der Finger und die Sternschaltung werden besser? Ja, am Ende wäre es nicht schlecht, wenn man mit einer Dreieckschaltung auch umgehen kann. Ja. Also, was immer gilt ist, dass die Außenleiterspannung immer dreimal so groß ist wie die Strangspannung, wenn ich das in einem Stern geschaltet habe. Ja, und in einem Stern ist eben der Außenleiterstrom genauso groß wie der Strangstrom. Ähm. Ja, also, wenn ich sowas habe wie Stern, Stern, ja, dann ist eben UL, also die Außenleiterspannungen sind Wurzel dreimal so groß wie die Strangspannung vom Betrag her und die Außenleiterströme sind aber genauso groß wie die Strangströme. Ja, so, und wenn ich jetzt eine Dreieckschaltung hier habe, oder hm, 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 Also ich kann jetzt ja an verschiedene Möglichkeiten denken. Ich kann irgendwie sowas haben wie, also ich lasse jetzt mal das Netz gleich. Ich ändere jetzt nur den Verbraucher. Wenn ich den Verbraucher in Dreieck hätte, also hier habe ich einen Stern, hinten habe ich einen Verbraucher. Im Dreieck, dann sind an dem, also das ist jetzt immer am Verbraucher gedacht. So, wenn ich jetzt hier mit einem Verbraucher den Dreieck habe, dann sind logischerweise die Strangspannung und die Außenleiterspannung gleich, weil der Verbraucher sieht ja jetzt sozusagen die Außenleiterspannung mit seinem Strang. So, aber jetzt wird es so sein, dass die Außenleiterströme, die Ströme, die sozusagen hier fließen, dass die Wurzel dreimal so groß sind wie die Strangströme. Also die Verbraucher ist dreimal was unterschiedlich? Es gibt, ich meine, ich kann das in Stern schalten, ich kann das in Stern schalten, ich kann das in Stern schalten und das in Dreieck schalten. Ich kann das in Dreieck schalten und das in Stern schalten, ich kann beides in Dreieck schalten. Es gibt verschiedene Fälle, die sind auch mit Sicherheit alle im Skript und im Buch mal irgendwie einmal durchdiskutiert und durcheruiert. Letztendlich, man muss sich, wie bei so vielen Fällen, man muss sich überlegen, was da passiert. Ja, und wenn ich jetzt, wenn ich das hier hinten in Dreieck schalten würde, dann habe ich ja ein R und L, was eben direkt die 400 Volt sieht. Ja, dann habe ich Wurzel dreimal so viel Spannung jeweils an dem Verbraucher, wenn ich dreimal so viel, Wurzel dreimal so viel Spannung an dem Verbraucher habe und die gleiche Impedanz, kriege ich auch Wurzel dreimal so viel Strom raus. Und wenn ich Wurzel dreimal so viel Spannung und Wurzel dreimal so viel Strom habe, hier Wurzel dreimal mehr, hier Wurzel dreimal, dann kriege ich insgesamt dreimal mehr Leistung raus. Das ist diese Stern-Dreieck-Umschaltung. Ich kann aus einem Drehstromsystem auch verschiedene Leistungen rausholen, indem ich eben meinen Verbraucher in Stern oder in Dreieck schalte. Muss man mal sich einmal selbst überlegen, dann ist das, ich will nicht sagen, trivial, auf keinen Fall, ja, aber dann wird das ein bisschen offensichtlicher, was da passiert. Ja, man muss sich mal so diese Fälle durchgehen. Und irgendwo taucht eben immer so ein Faktor Wurzel 3 auf. Ich meine, wenn ich jetzt, wenn ich, wenn ich beides im Dreieck habe, dann ist es ja auch wieder einfacher. Wenn ich hier einen Dreieck habe und hier einen Dreieck habe, dann habe ich ja auch wieder die gleichen Strangspannungen vorne wie hinten. und dann muss ich nur gucken, irgendwie teilt sich hier vorne der Strom auf oder geht der Strom zusammen. Dann habe ich auch auf den Außenleitern Wurzel 3 mal so viel Spannung wie in dem Stern, ja. Also, entweder das ist gleich, hier ist ein Faktor Wurzel 3 oder das ist gleich und hier ist ein Faktor Wurzel 3. So können wir das, glaube ich, mal zusammenfassen. Irgendwo tauchen die Wurzel 3 immer auf. So, zurück zu der Frage, wie kriege ich jetzt aus den, aus dieser komplexen Scheinleistung in einem Strang, wie kriege ich da jetzt Wirkleistung, die ist nicht komplex, Scheinleistung, Q und halt Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung raus. Ja, im weitesten Sinne haben wir die Scheinleistung hier oben schon. Also, das, was man eigentlich mit Scheinleistung meint, wäre der Betrag von dieser komplexen Scheinleistung und das ist einfach das ohne das J, ohne das E auch J. Und das wären 230 mal diese 16, sehr schwer im Kopf zu rechnen, also irgendwie zwischen 3.500 und 4.000 Watt, irgendwie sowas würde ich jetzt mal so schätzen. 3.739. Oh, ich mache mal 3.740 draus, 3.740, so. Und für eine Scheinleistung würde man schreiben, die hätte die Einheit Volt Ampere. So, und jetzt nehme ich für die Blindleistung und Wirkleistung was? Für die Wirkleistung, ähm, Cosinus mal? Genau, also wir könnten jetzt hier sagen, wir nehmen das S-Strang mal den Cosinus Phi und hier könnten wir sagen, wir nehmen die Scheinleistung mal den Sinus Phi und Phi, mit Phi ist das Sinn gemeint, das ist das Phi. Ja, und das ist das gleiche Phi, was wir hier unten hatten. Ähm, ne, hier haben wir ja gesagt, dass Z ist Wurzel 2 mal 10 Ohm mal E hoch J 45 Grad, das ist das gleiche Phi. Der Betrag, der Phasenwinkel der Impedanz, der Phasenwinkel dieser komplexen Scheinleistung, der Phasenwinkelunterschied zwischen Strom und Spannung. So, oder zwischen Spannung und Strom, ja, also Ohmische induktive Last, Ströme sich verspäten, der Strom eilt 45 Grad nach, ist jetzt die Frage, was, wie man das bezieht. So, Cosinus von 45 Grad und Sinus von 45 Grad sind eins durch Wurzel 2, ja, also ich nehme das und teile noch mal durch Wurzel 2, wenn ich hier schon Wurzel 2 habe und noch mal durch Wurzel 2 teile, äh, sollte die Wurzel 2 wegfallen und zu einer 2 werden, also ich müsste 230 Volt mal 23 Ampere durch 2 rechnen oder ich kann das einfach mit dem Taschenrechner ausrechnen, da sollte jetzt das durch Wurzel 2 rauskommen oder eben 2.645. So, und das wären Watt und das wären 2.645 Volt Ampere reaktiv, genau, oder war. Wie würde man mit dem, also das ist ja eigentlich Volt Ampere reaktiv, Ja. Also Volt mal Ampere. Also, das was hier passiert, eigentlich sind das alles Volt mal Ampere oder Watt. So, und um mir jetzt zu zeigen, dass das eine Wirkleistung ist und dass das eine Blindleistung ist und dass das eine Scheinleistung ist, gibt man denen eben unterschiedliche Einheiten. Das, ja, wenn man hier eine Einheitenbetrachtung macht, zählt das genauso wie ein Watt oder genauso wie ein Volt Ampere. Man kann das einfach durch ein Volt und ein Ampere sozusagen kürzen und ersetzen, ja, so, und das ist auch, also, ne, das ist auch schmuh, so, so ein bisschen, so ein bisschen schmuddelig ist das, ähm, weil, ein Watt ist ein Watt ist ein Watt, es gibt kein Watt reaktiv oder sowas, ne, es gibt kein Watt Peak oder Watt Scheinleistung oder, ähm, trotzdem hat sich das so eingebürgert, weil es natürlich schlau ist, an der Einheit zu erkennen, was das für eine Größe ist, dass das eine Wirkleistung ist, dass das eine Blindleistung ist, dass das eine Scheinleistung ist. Ja, trotzdem zählt das eben genauso wie Watt, zählt das hier unten genauso wie Watt oder eben wie Volt mal Ampere. Und, das, was man da macht, eben an ein Volt, früher hat man das ja noch offensichtlicher gemacht, da hat man sozusagen Volt Ampere geschrieben und ein kleines R dran für eben Volt Ampere reaktiv. Und das ist im Prinzip falsch. Also, man soll nicht Einheiten ergänzen durch irgendwelche Zusätze, die aus den Einheiten dann was anderes oder was Besseres machen. Ja, also, was man eben manchmal so liest, ist Volt Max oder Volt Peak oder Volt RMS oder sowas. Ein Volt ist ein Volt ist ein Volt. Es gibt kein Volt RMS, kein Volt Peak. Das ist Quatsch. Ja, also, was Leute meinen ist, wir haben eine Spannung, einen Effektivwert der Spannung, das sind 230 Volt. Wir haben einen Spitzenwert der Spannung, das sind 325 Volt. Wir haben eine Spitzenspannung, das sind 650 Volt. Aber es gibt kein Volt Peak, kein Volt Peak Peak. Das ist Quatsch. Also, man muss dann eben die Größen ineinander umrechnen und nicht die Einheiten ineinander umrechnen. Es ist nicht so, dass 230 Volt RMS 325 Volt Peak sind oder so, weil das ist dann irgendwie absurd. Und so ein bisschen macht man das ja hier. Auf jeden Fall haben wir das jetzt in einem Strang und jetzt können wir das mal dreirechnen, kriegen wir das dann für den gesamten Verbraucher raus und dann gibt es auch so Formeln, womit man direkt ausrechnen, ausrechnen kann, Außenleiter Spannung mal Außenleiter Strom mal Wurzel 3 oder sowas und dann kommt da direkt eine Leistung raus für den gesamten Verbraucher. Ja, wo dann irgendwo dieser Faktor Wurzel 3 und die 3 wieder in 1 zusammen vermischt sind. Und letzter Satz, also die Wirkleistung und die Blindleistung, die könnte ich auch einfach ausrechnen und natürlich ist das genau die gleiche Formel am Ende, indem ich den Realteil und oder den Imaginärteil von dieser komplexen Scheinleistung da oben nehme. Also die kann man, wenn man was hat, was komplex rechnen kann, irgendwie schön ausrechnen und dann ist von der, der Betrag ist die Scheinleistung, von dem Teil oder von dem Teil der Realteil ist die Wirkleistung, der Imaginärteil ist die Blindleistung. Und dann kann man sich vorstellen, da kann man dann auch wieder so ein schönes Leistungsdreieck zeichnen und kann in dem Leistungsdreieck Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, alle Sachen in so einem Dreieck einzeichnen. In dem Dreieck findet man dann natürlich auch das Phi wieder oder eben das Cosinus Phi als Leistungsfaktor dieser Schaltung. Und in so einem Fall ist das eigentlich alles schön einfach, weil es symmetrisch passiert in jedem Strang das Gleiche. Ein bisschen spannender und interessanter wird es, wenn man das jetzt unsymmetrisch macht.